Heute geht es um das Thema «Wie werden wir in einer Krise informiert?». Also hauptsächlich geht es um das Thema Radioempfang, UKW, DAB Plus. Was wird in einer Krise funktionieren? Jetzt meine Frage. Kennst du dich damit aus? Welches Radio besitzt du? Auf welche Empfangsart verlässt du dich in einer Krise? Oder hast du dir darüber noch gar keine Gedanken gemacht? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und genau um dieses Thema geht es in diesem Video. Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge «Schön hast du» wieder eingeschaltet. Aktuell ist es meiner Meinung nach ein riesengroßes Thema, welche Empfangsart in einer Krise noch zuverlässig funktionieren wird. Viele haben mir diese Frage gestellt. Und ehrlich gesagt, ich konnte und kann die Frage bis heute nicht wirklich abschliessend beantworten. Obwohl ich mich nun ein bisschen darüber informiert habe. Noch kurz am Rande erwähnt, solche Fragen und viele weitere Fragen werden mir und meiner Community auf meinem Discord gestellt. Wir sprechen da oft über genau solche, aber auch viele, viele andere Themen. Wenn du dich auch mal austauschen möchtest, entweder mit mir oder mit vielen anderen Preppern, komm auf meinen Discord. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Erstmal vorweg, ich habe mich so ein bisschen informiert. Aber ich muss dazu sagen, diese Informationen gelten, wenn überhaupt, nur für die Schweiz. Ich weiss nicht, wie das in Deutschland ist. Wenn du das weisst, immer gerne unten in die Kommentare. Also, was habe ich getan? Wie habe ich mich informiert? Ich habe letzte Woche kurz mit dem BAKOM telefoniert. Das ist halt in der Schweiz so die Behörde, sag ich mal, wo es halt so um Funkfrequenzen, Radio, TV und so weiter geht. Ich habe da kurz angerufen und habe ihnen die Frage gestellt, wie funktioniert in einer Krise die Notfallkommunikation? Wie werden wir Bürger über die aktuelle Lage informiert? Als erste Antwort kam also, ja, über das Radio. Da habe ich halt gefragt, ja, welches Radio denn? Weil, funktioniert das über DAB+, funktioniert das über UKW? Welche Empfangsart? Da konnte mir dieser Mitarbeiter schon nicht mehr 100% Auskunft geben. Er hat da gesagt, ja, sollte eigentlich schon auch über DAB funktionieren. Ich habe dann die Gegenfrage gestellt und habe ihn gefragt. Ja, was heisst denn, sollte? Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und wen kann ich da fragen? Diese Frage konnte er mir nicht abschliessend beantworten. Er hat dann kurz recherchiert, hat gesagt, bleiben Sie kurz am Apparat, ich informiere mich da kurz. Ein paar Minuten später kam er zurück und hat dann gesagt, ja, also seiner Informationsquelle nach wird der Notfallradio, also die Notfallkommunikation über UKW stattfinden. Bei DAB können Sie anscheinend nicht sicherstellen, dass das in einer Krise noch zuverlässig funktioniert. Gut, das ist schon mal eine gute Aussage. Ich kann aber diese Aussage nicht wirklich verifizieren, muss ich dazu sagen. Aber egal, ich bin dahingehend eigentlich vorbereitet. Ich habe halt so ein Radio, das kann halt beides. Das kann UKW und DAB Plus. Das funktioniert mit Akku, hat Solarzellen und eine Handkurbel. Übrigens, das Radio oder so ein ähnliches, ich glaube, das gibt es nicht mehr, aber ein baugleiches verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Gut, somit bin ich schon mal relativ safe. Aber ich habe dann nicht locker gelassen. Ich habe den Mitarbeiter, ja, er tat mir ein bisschen leid, habe ihn dann gefragt, ja, aber weswegen wird denn jetzt in den Medien so dermassen auf DAB Plus gepusht? Da kriegt man ja die Aussage, ja, man soll jetzt umsteigen, UKW wird abgeschaltet, quasi du kannst dein UKW-Radio in die Tonne kloppen, du brauchst nur noch ein DAB Plus Radio. Bei DAB Plus, da ist alles so viel besser. Du hast viel bessere Empfangsqualität und und und. Dazu auch noch kurz angemerkt, Empfangsqualität, Bullshit. Weil, wie oft ist es mir schon passiert, also ich höre nach wie vor lieber UKW-Radio. Jedenfalls, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Weil, wenn ich Musik höre, dann höre ich halt Musik von einem Speichermedium und nicht Radio, weil im Radio, ja, kommen zehnmal am Tag dieselben Lieder. Kennst du bestimmt. Wenn Radio dann halt so die Nachrichten oder eben irgendetwas Spannendes kommt. Und da will ich zuhören. Und was passiert mit DAB Plus? Du bist am Fahren und dieses DAB Plus ständig reisst das Signal ab. Bei UKW hattest du das Problem nicht oder nicht so schlimm. Klar, die allgemeine Qualität war zwar schlechter. Wobei, dazu muss ich auch sagen, DAB preisen sie immer als digital, als High Fidelity, High Definition Sound an. Auch das ist Bullshit. Also, um Musik zu geniessen, ist auch DAB völlig ungeeignet. Das ist kein gutes Medium. Da kannst du nicht gut Musik hören. Aber egal. Jedenfalls bei UKW war es ja dann so, wenn du schlechten Empfang hattest, begann das halt zwischenzeitlich so ein bisschen anzurauschen. Aber du hast halt die Stimme, zum Beispiel vom Nachrichtensprecher, trotzdem gehört. Aber bei DAB ist einfach Schluss. Und dann hast du mal drei, vier Sekunden einfach kein Signal mehr. Und das passiert immer genau dann, wenn du zuhören willst. Und mich bringt das zu Weissglut. Und da frage ich mich auch, falls DAB Plus irgendwann in der Krise als Notfallkommunikation benutzt wird. Wie soll das stattfinden, wenn dann alle paar Sekunden der Ton ausfällt? Ja, dann, ja, perfekte Information. Also, zurück zum Thema. Weswegen werden wir nicht eindeutig informiert? Es heisst überall BBK-Liste, vom Bund, vom Staat, egal wer. Sie sagen uns immer, bereitet euch vor. Der Radio sorgt für 10 Tage Notvorrat als Minimum. Und dazu gehört auch Notfallradio. Batteriebetrieben mit Ersatzbatterien. Das muss man den Leuten sagen, weil sie denken ja nicht dran. Aber welches Radio? Noch nie was gelesen gehört, keine Ahnung. Nur offene Fragen. Ja, kaufst du dir jetzt ein UKW-Radio? Kannst du es dann in ein paar Monaten in die Tonne kloppen? Kaufst du dir ein DAB-Plus-Radio? Kaufst du dir beides oder ein kombiniertes? Dann gibt es noch Kurzwelle, Langwelle, Mittelwelle. Es gibt so viele Empfangsarten. Ich finde das auf Deutsch gesagt scheisse. Wir werden da nicht wirklich informiert. Da frage ich mich auch, wenn wir schon vor der Krise nicht richtig informiert werden, wie werden wir dann während einer Krise informiert? Wie aussagekräftig sind dann da die Informationen? Komme ich später vielleicht noch kurz mal drauf. Aber eben zurück zum Radio. Alles wird immer teurer. Wir alle müssen schauen, wo wir bleiben. Wir alle müssen schauen, wie wir unseren Krisenvorrat zusammenbringen mit dem Budget, was dann halt Ende des Monats vielleicht noch überbleibt oder manchmal auch nicht. Und jetzt sollen wir einfach ein UKW-Radio, ein DAB-Radio, einen Weltempfänger und dann im besten Fall noch ein Funkgerät kaufen. Ich verstehe es nicht. Weswegen nicht einfach klar kommunizieren? Ja doch, eigentlich weiss ich das ja schon. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder wissen sie halt bereits jetzt, dass die komplette Notfallkommunikation eh nicht klappen wird. Oder sie wissen es halt einfach selbst nicht. Sie haben es nicht getestet oder keine Ahnung. Egal. Wir als Bürger werden da meiner Meinung nach im Stich gelassen. Man muss auch bedenken, wir zahlen horrende Gebühren. In der Schweiz ist das halt die Bilac, die wir glaube ich von Backholm erhoben. In Deutschland die GEZ, glaube ich. Korrigiere mich. Und das ist viel, viel Geld. Und für was bezahlen wir das Geld? Also ich bezahle es ja nicht, damit ich Radio hören kann. Weil ich höre ja kein Radio. Weil es kommt im Radio nur Bullshit. Die Medien erzählen irgendwas über neue Akkus für E-Autos und blablabla. Aber über die aktuelle politische Lage? Nada. Nichts. Was nützt mir das dann? Und Musik hören? Ne. Sorry. Aber was da heute im Radio läuft und wie oft sich das alles wiederholt, wie wenig Mühe sich da die Radiosender geben, um uns musikalisch zu unterhalten, sehe ich die Gebühren absolut nicht ein. Ich würde diese Gebühren sehr gerne bezahlen, wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass ich korrekt sachlich informiert werde. Und zwar egal, ob jetzt die Informationen für mich positiv oder negativ sind. Und das auch in einer Krise. Und mir ganz klar zugesichert wird, du zahlst deine Gebühren, damit du informiert bist und damit wir dich auch in einer Krisensituation informieren können. Da würde ich das liebend gern bezahlen. Aber so. Sorry. Auf deutsch gesagt, ich finde das Ganze eine riesengroße Frechheit. Die ziehen uns wirklich das Geld aus der Tasche für null Gegenleistung, für null Mehrwert. Und wir müssen es einfach bezahlen. Wir können uns nicht davor drücken oder das widerlegen. Heutzutage muss praktisch jeder diese Gebühren zahlen. Man kommt nicht drum herum. Ob man das Angebot nun nutzt oder nicht, ist denen egal. Aber eben deswegen will ich mich wenigstens in einer Krise darauf verlassen können. Weil das ist für mich eine wichtige Informationsquelle. Ob das dann alles wahrheitsgetreu wiedergegeben wird in einer Krise, das ist ein anderes Thema. Aber auch da. Ich erwarte das. Und zwar nicht nur, um Panik zu vermeiden. Nein. Ich erwarte mir da wirklich aussagekräftige Fakten. So ist die momentane Lage. Ob es nun positiv oder negativ ist. Scheiss egal. Ich will informiert werden, wie es wirklich ist. Ich verlasse mich darauf. Abschliessend und auch um mir noch ein wenig Luft zu machen. Ein bisschen Druck abzulassen. So noch kurz so meine Gedanken. Und meine Gedanken sind dahingehend alles andere als positiv. In der heutigen Zeit. Oder ich fange früher an. Ich bin alt, ich fange früher an. Früher war es halt so. Radio, UKW, kein Thema. Es wurde so konzipiert, dass UKW auch in einer Krise funktioniert. Die Sendestationen waren notstromversorgt. Es musste, glaube ich, gesetzlich, ich weiss nicht genau, 48 oder 72 Stunden lang sichergestellt sein, dass man die Bürger im Notfall informieren kann. Dass man senden kann. Telefon. Früher gab es analoges Telefon. Aber heutzutage sagen dir alle, du musst umsteigen. Du brauchst digitale Telefonie. Da ist alles so viel besser. Bessere Sprachqualität. Mehr Möglichkeiten. Die Welt steht dir offen. Es ist alles so toll. Bullshit ist toll. Früher, und deswegen hat man das so gemacht, war die Telefonleitung unabhängig von unserem Stromnetz. Die Telefonleitung hatte ein separates Stromnetz, eben um in einer Krise mit uns Bürgern kommunizieren zu können. Oder damit wir auch den Notruf wählen könnten oder irgendwas. Da wurde an uns gedacht. Und das war ein supertolles System. Und da nehme ich ein bisschen weniger Sprachqualität in Kauf. Ich habe während meiner ganzen Kindheit analog telefoniert. Und ich hatte nie das Gefühl, dass die Qualität schlecht wäre, im Gegensatz zu heute. Heute, wenn das Internet weg ist. Wir können nicht mehr kommunizieren. Man kann uns auch nicht mehr informieren. TV, genau dasselbe. Früher wurde das Ganze ja terrestrisch, also über Wellen, Funkwellen ausgestrahlt. Jeder konnte die Öffentlich-Rechtlichen so empfangen. Das war krisensicher. Wenn halt noch Strom da war oder halt früher gab es batteriebetriebene TV-Geräte, konntest du dein TV benutzen und konntest dir so Informationen holen. Heute alles digital, alles über Internet. Wenn Internet langgelegt wird, ist die Kommunikation tot. Und nebenbei unser Stromnetz auch. Dann haben wir einen Blackout und niemand, wirklich niemand von den öffentlichen Stellen kommt an uns ran und kann uns informieren. Wie stellen Sie sich das vor? Wollen Sie dann in jeder Gemeinde einen Sprecher da hinstellen mit einem Megafon, wo die Bürger informiert? Ich weiss es nicht. Ich frage mich einfach, wohin führt das Ganze? Wie sieht das in zehn Jahren aus? Jetzt haben noch viele Leute alte UKW-Radios usw. Vielleicht auch noch ein paar mit Analog-Telefonleitungen. Das gibt es noch. Aber wie sieht es in zehn Jahren aus? Wenn uns halt ständig mitgeteilt wird, wirf deinen alten Krempel weg, nutz dir nichts mehr. Heute ist alles so viel besser. Wie gesagt, meine Gedanken und meine Gedanken sind dahingehend alles andere als positiv. Ich befürchte, in einer Krise sind wir auf uns allein gestellt. Auch noch kurz Funk. Alle Funkfrequenzen, die heute frei zugänglich wären, wurden getötet. Auf diesen Funkfrequenzen findet nichts mehr statt. Die haben sie uns jetzt überlassen, ja, komm, geben wir zum Beispiel CB-Funk, geben wir jetzt in Birken, da können sie so ein bisschen miteinander quatschen. Ich finde das Bullshit. Ich finde das wirklich, wirklich Bullshit. Das wäre eine gute Option gewesen, um eine Notfallkommunikation aufbauen zu können, wenn die Frequenzen jetzt eh frei werden. Aber es wird nichts getan. An die anderen Frequenzen kommen wir legal gar nicht ran. Da können wir nicht funken und auch nicht zuhören. Jedenfalls, wenn wir legal agieren wollten. Also, wer hilft uns in einer Krise? Wer informiert uns in einer Krise? Ich sag's dir. Niemand. Du. Du bist für dich selbst verantwortlich. Deswegen mein Appell an dich. Betreibe Krisenvorsorge. Stock dein Lager auf. Sorge für dich und deine Liebsten. Informiere dich jetzt über die aktuelle Lage. Und nicht, wenn es zu spät ist. Bleibe am Thema dran. Das kann ich dir auf deinen Weg mitgeben. Alles andere, wir werden es sehen. Oder hoffentlich auch nicht. Jetzt würde mich noch interessieren, wie siehst du das Thema? Denkst du da so wie ich? Bist du da auch eher negativ eingestellt? Hast du vielleicht andere Informationen? Dann bitte teile sie mit uns. Geht dir das ganze Thema, auf deutsch gesagt, am Arsch vorbei? Kümmerst du dich nicht darum? Oder konnte ich vielleicht deine Gedanken ein bisschen anregen? Schreib das gerne unten in die Kommentare. Das würde mich und wahrscheinlich auch meine Community sehr, sehr interessieren. Jo, dann war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Sei immer vorbereitet. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.